Der 1. Mai ist ein wichtiger Tag. An diesem Tag wird sichtbar, dass wir ein grosser Teil der Bewegung sind. Und wenn ich so schaue, kann ich das also einfach hier oben euch bestätigen. Wir machen am 1. Mai Umzug mit, wir zeigen unser Gesicht und wir beziehen Stellung. Wir stehen ein für faire Löhne und bessere Rente. Wir sind alle wie kleine Mosaiksteinchen, die zusammen ein ganzes Bild geben. Und das Bild hat einen Titel. Der Titel ist Solidarität.